In diesem Video geht es um Gemüse, wird geputzt, bin ich in der Werkstatt, isst es leicht unheimlich und werde ich nass. Schönen guten Morgen hier von unserem Campingplatz in Fumzgit. Wir sind ja gestern auf dem Camping Palmeria hier gelandet. Super gepennt, kühle Nacht. Sehr ruhig, kein Hundegebell und der Co-Pilot ist weg. Ist ja duschen. Die Tür steht sperrangelweit auf. Die hat auch mal zufällig nicht zugemacht. Aber immerhin ist er auch nicht sehr weit gekommen. Denn er sitzt hier sehr gechillt auf meinem Stuhl. Das ist nicht weiter schlimm, was ein bisschen verwunderlich ist. Schnapsglas an der Pfote. Leer. Fängt der Kerl jetzt morgens anzusaufen oder? Da war nur Wasser drin, ne? Ja. Hey Co-Pilot, wenn du schon hier bist, wollen wir dich mal kurz entsanden. Komm mal her. Nur mal ein bisschen abrubbeln und abklopfen. Ist sicher staubig geworden die letzten Wochen. Ja, das muss halt auch mal sein. Wenn da schon mal vor der Tür ist, drin will ich das nicht machen. Da habe ich den ganzen Staub drin. Lassen wir mal den Co-Pilot sein und gucken hier auf den Platz. Die italienische Karawane ist dabei, weiterzuziehen. Gleich wird es sehr leer hier sein. Habt ihr Bock, hier mal kurz rumzugucken? Es gibt ein paar lustige und interessante Dinge. Ja, ne? Wir können ja mal beim Gemüse anfangen. Es gibt hier hinten nämlich nicht nur Feigenbäume, sondern auch so allerlei anderes. Gemüse und Kräuter wird hier angebaut und verwendet für die Küche. So haben wir hier zum Beispiel Koriander gefunden, der hier klein angepflanzt ist. Überall Bewässerungsschläuche natürlich. Wasser muss hier hinkommen. Das ist natürlich das größte Problem. Wo Leben sein soll, braucht es Wasser. Deswegen haben sie hier zwei Brunnen angelegt. Einer 25 Meter, der andere 35 Meter tief. Hat der eine kein Wasser, stellen sie um auf den anderen und umgekehrt. Denn nur so kriegt man irgendwie grün in die Wüste. Und wenn man dann hier hinten ins Kraut geht, sieht man Aubergine. Eigene Aubergine. Viele. Hängen überall noch welche dran. Und das ist der Stuhl, auf den man sich setzen kann und das Gemüse beim Wachsen beobachten. Die lustige italienische Reisetruppe steht hier übrigens immer noch und wartet. Ich weiß nicht, ob auf besseres Wetter oder das Go. Keine Ahnung. Ist auch wurscht. Hier sehen wir ein kleines Zitronenbäumchen. Auch davon gibt es noch mehrere. Für die Tagine, die sie hier verwenden und bauen. Jeder Zentimeter, wo kein Camper steht, wird genutzt, um mit dem eigenen Brunnenwasser irgendwas anzubauen. Was das hier ist, fragt man nicht. Sieht grün aus. So, die Reisegruppe fährt ab und ihr seht schon, es ist super schön grün, super schöne Palmen. Ein sehr angenehmer Spot, wo man sich schön erholen kann von der Wüste. Ja, die Zufahrt ist hier gerade zugestaut. Man streift hier und da an der Palme, aber die geben nach. Das ist nie weiter schlimm. Eine Zeltwiese, ohne Wiese, aber mit Erde. Gibt es auch am Eingang. Kann man sie unter eine Palme setzen und pennen. Hier auch nochmal weitere begrünte Felder. Alles nur möglich, weil sie eigenes Wasser haben. Neben Palmen stehen hier auch Olivenbäume rum. Alles noch jung. Der Platz besteht erst seit sechs Jahren. Jetzt waren natürlich zwei Jahre Corona, nichts los. Kommen auch kein Geld rein, also Investitionen schwierig. Das läuft jetzt so langsam wieder an und sie machen hier wirklich ein Schmuckstück draus, wenn es nicht schon eins ist. Und hier liegt dann schon das nächste Material für weitere Bewässerungsanlagen. Und jetzt natürlich interessant von der Zeltplatzwiese. Wie sieht ein Sanitär aus? Gibt es das Duschen-WC? Ja, gibt es. Neues Gebäude hier. Schön in blau gefließt. Noch nicht ganz fertig, aber nach marokkanischen Standards ganz gut, sauber, nutzbar. Warmwasser gibt es. Also das hat Hand und Fuß. Man kann das nicht mit deutschen Standards oder europäischen Standards vergleichen. Ich denke, das sollte jedem klar sein. Aber es gibt Licht, es gibt Wasser, es gibt Toiletten. Und vor allem Duschen sind riesig. Da kann man dann mal entspannt duschen, aber nicht zu lang. Wasser ist kostbar. Auf der einen Seite also drei Duschen. Dann kommen hier die WC's. Auch Riesenräume. Ich weiß nicht, warum sie die so groß bauen. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Eigentlich Platzverschwendung. Hier ist noch eins. Und um es komplett zu machen, Nummer drei. Das ist das eine Sanitärgebäude. Es gibt aber noch ein zweites. Es gibt ja immer noch Menschen, die gerne abwaschen. Geht es hier? Ja, geht. Es kommt Wasser. Der Druck ist okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier abwaschen, bis kein Wasser mehr kommt. Aber seid bitte lieber sparsam. Denn das Wasser aus dem Boden ist besser aufgehoben bei den Pflanzen, die sie hier anbauen. Denn diese Pflanzen, Kräuter und Gemüse, die landen später abends in eurer Tagin und machen sie lecker. Das Gelände an sich super weitläufig und groß. Also wer einen Spaziergang machen will, kann das innerhalb der Mauern oder außerhalb, wie er will. Es gibt immer was zu sehen, zu gucken. Und ja, sehr familiär, gemütlich, familiär betrieben. Chef, Frau, Bruder, alle mit im Boot hier und packen mit an. Und falls ihr abends eine Tagin bestellt und da möglicherweise Kartoffeln drin sind, dann könnten die aus diesem Beet sein. Kartoffeln. Pomme de terre. Das hier könnte eure Ansicht sein, wenn ihr anfahrt. Falls ihr euch wundert, warum bei mir noch keine Schweißperlen auf dem Kopf stehen. Es ist heute kühl für marokkanische Verhältnisse und meinen Trip bisher. Es geht ein leichter Wind, Wolken am Himmel und so 22 Grad vielleicht. Perfekt für so eine kleine Campingplatz-Tour. Direkt neben dem Eingang finden wir die Waschmaschine. Die Zufahrt, breit genug auch für große Mobile. Hier und da, habe ich ja schon gesagt, eine Palme. Und natürlich wird investiert und es geht weiter. Die Küche wird vergrößert. Dieser Neubau soll diese Saison noch fertig werden. Und dann wird das Essen noch besser. Und cool ist, sie rasieren hier nicht die Palmen ab, sondern bauen einfach drumherum. Das ist doch geil. Ein Highlight sicherlich der Essbereich abends. Schön ausgeleuchtet, groß, kühl und schön zu sitzen. Hier saßen gestern die ganzen italienischen Kollegen, die hier waren. Wir haben hier super gegessen unter Palmen. Es war grandios. Falls ihr also hier hinkommt und abends noch einen Happen essen wollt, kann ich empfehlen hier. Absolut. Draußen ist ja schön, aber es soll ja hier und da auch mal einen Regenschauer geben. Dann kann man auch drin essen. Auch hier, großer Raum. Dann wird halt das Gestühl reingestellt. Und man kann dann neben einer Palme speisen. Neben schönen farbigen Fenstern ein nettes Bild. Und wer mehr auf Karawanen steht, kann sich ja das hier anschauen. Zweiter Nebenraum. Schöne Teppiche. Ich glaube, das sind Sperber-Teppiche. Ein Whirlpool-Kühlschrank. Und die Bar mit allem, was es so zum Essen braucht. Und auch Überwachungskameras. Und da hinten die Küche. All das ist noch nicht hundertprozentig fertig, denn das Ganze ist Work in Progress. Hier wird noch geschraubt, gehämmert, gemacht. Nicht laut, nicht störend, aber einfach weiter investiert. Ein Bild noch, das hier auch an der Wand hängt. Covid geschuldet. In den letzten zwei schwierigen Jahren. Gemalt vom Campingplatz Aigner. Neben einer schönen Palme. Und die Palmen hier sind alle so zwischen 50 und 100 Jahren alt. Also ein sehr altes Gelände. Und dann kommen wir hier aus dem Essbereich raus. Und wo gehen wir jetzt hin? Da haben wir gestern Abend gesessen und gegessen. Und jetzt gucken wir uns nochmal die anderen Sanitärräume an. Gibt ja noch ein Häuschen. Ja, und ich kriege ja von euch immer mal zuschriftlich. Soll doch mal zeigen, wie das möglicherweise für Rollifahrer alles ist. Hier könnte mit dem Rolli gut hinkommen. Es gibt Rampen. Ihr kommt auf die WCs. Es ist alles ziemlich ebenerdig. Sehr weit gedacht. Sehr cool. Und es kommt auch an und wird genutzt. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache. Und wenn wir dann mal reinschweben, sehen wir uns. Ein Spiegel, ein Waschbecken, Mülleimer stehen hier auch rum. Auch hier große, saubere Duschen. Alles marokkanischer Standard. Und für marokkanischen Standard super. WC ist auch noch mit dabei. Riesig mit Dusche. Noch eine Dusche. Alle riesengroß. Also Platzangst kriegt ihr da echt nicht. Mit Fenster, dass der Dampf abzieht. Und das ist der Chef hier. Ja, ja. Wir arbeiten hier, um immer gut zu retten. Ja. Wenn die Kunden rauskommen, müssen wir gut arbeiten. Ja, das ist sehr schön. Ja, das war der Chef. Auch ein ganz lieber, ganz netter. Sehr darum bemüht, hier alles gut zu machen, weiterzuentwickeln. Ja, und dann sind wir eigentlich mal so grob durch und dürfen frühstücken. Juhu. Aber da war ja noch was, ne? Ihr Abwasch-Fraktionsfreunde. Abwaschen könnt ihr hier auch. Schöne Edelstahl-Sink-Waschbecken. Mit fließend Wasser kalt. Warm brauchst du da nicht. Warm gibt es bei den Duschen. Und geputzt wird auch. Es ist schön sauber. Es ist angenehm anzugucken fürs Auge nicht. Und ich glaube, ich habe V&E gefunden. Ja, V&E mit Aussicht, ne? Hier gibt es alles. Hier wird eure Kassette los. Frischwasser ist dabei. Und das ist dann euer Blick auf Fels und Natur. Das ist schon cool. Jetzt seht ihr mal noch, wie der Platz ohne Italiener aussieht. Ziemlich entspannt und leer. Und ich glaube, ich gelte jetzt als Kuschelcamper. Ich stehe so nah an den anderen Tüten. Danke, dass ihr mit mir hier unterwegs wart auf dieser kleinen Tour über den Campingplatz. Wenn ihr mal in der Nähe seid, überlegt doch hier zu stoppen. 80 Diram pro Tag. Und ich bin noch nicht der einzige Paparazzi, der hier rumläuft. Ich habe noch einen gefunden. Silvio, der schon frisch duscht. Während ich hier arbeite, geht der duschen. Ich habe eine Wüste, Frisur in der Wüste. Naja, sieht noch besser aus als bei mir. Da sitze ich vor Zottel und unter den Palmen und warte auf den Brötchenlieferant. Da läuft er. Aber er läuft in die falsche Richtung. Dauert heute mal wieder länger in Marokko. Ich kriege gleich lahm Arm. Gemütlich. Dankeschön. Das Brot ist nämlich inklusive im Preis, kriegt jeder, der hier ist, selbst gemacht. Frühstück ist gegessen. Es ist irgendwie faul heute. Und ja, der Campingplatz ist leer. Es ist einfach völlig entspannt. Der Nachbarhund bellt gerade, weil der Inhaber hier mit einem Tee kommt. Da kommt Rashid mit Pfefferminztee. Gibt es noch einen Happen zu trinken. Gut, haben wir uns noch nicht bewegt. Hallo. Hallo. Nice Tee. Einschenken könntest du hier. Timo, da kannst du auch noch was lernen. Dann wird es wieder zurückgeschüttet. Muss erstmal ein paar Mal durchgemischt werden. So geht das ein paar Mal. Dann kommt noch Zucker rein. Das ist jetzt auch reiche Schade bei. Läuft. Wenn ihr mal in den Ländern fahrt, wo die Sprache echt schwierig ist. Sonnbuch, saupraktisch. Bebildert, zweisprachig. Echt genial. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. Hier erfahrene Oberländer, die um mich rum sitzen, hatten das jetzt hier gerade ausgepackt. So, wir haben einen ziemlich faulen Tag heute bisher verlebt. Das schlechte Wetter ist wieder weg. Die Sonne scheint und ganz komische Leute schleichen hier über den Platz. Moment. Sag jetzt bloß nicht, der Wüste geht in die Wüste. Ja. Wie geht es da hin? Ein tolles Tuch hast du da gefunden. Du. Gibt es das auch in einer anderen Farbe? Gibt es, aber so sieht man mich von weit oben schon, wenn irgendwo die Klippe runterstürzt. Wir behalten dich im Auge. Also gut. Bis später. Ciao. Ich habe noch eins in Lila. Das macht es nicht besser. Ja, manche gehen zu Fuß bei der Wärme. Andere haben andere Hilfsmittel. Den ganzen Tag faul rumsitzen, das geht nicht. Deswegen, Geheimwaffe vor die Tür. Wir cruisen noch eine Runde. Und zwar in diese Richtung. Da hinten durch die Palme, seht ihr es vielleicht? Da steht noch so eine alte Lehmstadt. Da können wir mal gucken, ob wir da hinkommen. Ja, nur mal so, falls ihr euch fragt, ob wir heute noch wegfahren. Nö. Das ist schön hier. Wir bleiben noch eine Nacht. Musste noch mal umdrehen. Ich habe nämlich ein Loch hinten drin. Ich musste wieder aufpumpen. Hoffen wir, dass es hält. Und nicht größer wird. Und da sind wir auch gleich schon da. Jetzt ist schon die Frage, wie kommen wir hoch zu diesem Lehmdorf. Weit bin ich nicht gekommen. Ich habe hier schon den anderen im Karierten getroffen. Die Jungs sind auch hier, Mechaniker. Wenn ihr mal irgendwas kaputt habt am Van, könnt ihr hier vorbeikommen und es reparieren lassen. Die haben eine Werkstatt. Das sieht dann so aus. Und die können schrauben. Garage, eine. Pause ein bisschen länger, weil es gibt jetzt noch einen Tee. Ein kleines Beispiel, dass sie hier schrauben können. Sie fahren mit Gasflasche ihrer alten Honda. Das Ding läuft mit Gas. Ich glaube schon nicht. Knaller. So, ist lustig. Jetzt steht der Scooter in der Werkstatt. Und eine Werkstatt könnt ihr brauchen, weil irgendwie hat er ein Loch im Hinterreifen. Da war wieder die Luft raus vorhin. So, der Tee ist fertig. Und gut ist er, wenn er schäumt. Wir sind auf einem guten Weg. Silvio kriegt Fotos zu zeigen von den Arbeiten, die der Kollege alle gemacht hat. Das ist der Wahnsinn. Das ist schon eine richtige Tee-Zeremonie hier. Also nicht nur Schraubenscheine sitzen können. Tee schmeckt auch. Und hat Schaum. So, wir haben unseren Tee auf und jetzt fahren wir mal noch eine Runde weiter und gucken oben, ob wir da noch was sehen. Merci beaucoup, Monsieur. Aber hier geht es nicht weiter. Jetzt fahren wir ein Stück zurück und dann lassen wir das Scooter stehen und laufen mal zwischen den Mauern durch. Da steht der Scooter. Jetzt gucken wir mal, was es da so gibt. Ob es da weiter geht. Mit alten Mauern. Fahrbar ist das auf jeden Fall nicht mehr. Aber laufbar. Ja, bisschen Bewegung schadet ja auch nichts. Verfallene Gebäude. Aber es wohnen hier auch noch Menschen. Es gibt Strom. Es laufen nur noch Kabel lang. Gespenstische. Äh, wie heißt das? Ne? Genau. Es ist auch nicht mehr viel los. Überall Zweigengänge ab. Aber hier wohnt wohl noch einer. Das ist eine Tür. Bei Regen willst du ja auch nicht lang müssen. Die Mauern stehen ein bisschen schräg. Krass. Das verfällt hier vor sich hin. Da gehen immer mal wieder Türen rauf. Da bricht schon die Decke in sich zusammen. Aber nach links sieht es jetzt nicht unbedingt so aus, als würde da bald wieder einer wohnen. Die Dachbalken, die Gangbalken biegen sich. Da läuft es besser schnell durch. Bevor es auf den Kopf fällt. Vielleicht sollte dort wieder der Helm aufsetzen. Geht nämlich durchgebogen weiter. Wir könnten aber auch hier links laufen. Dunkler, geheimnisvoller Gang. Wir stören wirklich niemanden. Da sind mysteriöse Türen. Das ist schon ein bisschen ... ah, unheimlich ist das Wort. Kein Mensch bisher. Aber an den Steinen sieht man so abgewetzt, wie die sind. Hier sind schon viele Leute entlang gelaufen. Ich hoffe, wir finden hier wieder raus. Fühlt sich an wie ein Labyrinth. Ein zerfallenes. Es gibt auch ein ganz klein wenig Grün. Da steht noch eine Palme. Wie sind die da hingekommen? Ich glaube schon nicht. Müll liegt auch noch ein bisschen rum, aber das ignorieren wir jetzt mal. Boah, aufpassen, wo wir hinlaufen. Ein Stück Knöchel kaputt. Das Ganze ist ein bisschen eng, aber hier liegen auch noch Wasserleitungen frei rum. Das sieht dann ungefähr so aus und wenn wir geradeaus weiterlaufen, kommen wir an die Stadtmauer. Da kommt nüt mehr den Stromleitungen nach, ist hier noch Leben. Sind wir von hierher gekommen oder war das ... ja doch, oder? Ja, na ja, an den Müll erinnere ich mich da, die Flasche mit der Zunge. Wir sind hier richtig. Wir sind dann wieder auf der Hauptverkehrsstraße, ihr seht das auch an dem vielen Verkehr hier. Immer wieder Rechtsabwege, geradeaus, Dunkelheit mit Licht am Ende des Tunnels. Wow, das ist mal eine Wand, das haben die alles von Hand gestapelt, mit ein bisschen Lehm wahrscheinlich fixiert. Krass. Dann geht's hier um Kurve und es sieht ein bisschen stabiler aus, sag ich mal. Die Wände nicht eingefallen, aber weiterhin dunkle Gänge und Korridore. Sobald die Lampe steinerne Aufgänge zu blauen Türen ist das wieder gegen den blauen Blick. Also hier kann man schon seine Zeit vertun und vergessen und sich verlaufen, weil ... ja, aber zum Glück ist es nicht riesig. Ich glaube noch keiner verloren gegangen, noch kein Skelett gesehen. Und jetzt sind wir auch wieder da, wo alles vor sich hin verfällt. Wer also Steine braucht, der wird hier fündig. Kurz ums Eck sieht es dann wieder fast bewohnt aus, mit Gittern vor den Fenstern. Bevor es dann hier der Hang runter geht in den weiteren Weg und da hinten seht ihr vielleicht noch im Hellen die Moschee, den Turm. Und das ist der Unterschied, wenn man mit Reiseführer, Reisebuch arbeitet, da war das nicht drin. Da findest du das nicht. Das ist noch nicht immer auf Google Maps großartig eingezeichnet oder bewertet oder sonst irgendwas. Solche Dinge findest du, wenn du Zeit hast und mal ein bisschen rumguckst. Und zum Glück haben wir ja Zeit. Bis Mitte Dezember noch. Und solche kleinen Ode hat man dann auch für sich. Keine anderen Touristen, die hier rumstreuen, im Bild stehen. Keine fliegenden Händler, die dir irgendwas verkaufen wollen. Kannst du hier maximal das Bein brechen und es findet dich nie jemand. Shit happens. Wo geht es denn hier lang? Ja, wir haben glaube ich einen anderen Zugang gefunden zu dem Gebäudekomplex hier. Da unten ist die Werkstatt. Da hätte man aber einfach hier hochlaufen können. Ja, manchmal ist man im Nachhinein halt doch schlauer. Bin zurück in die Stadt. Hier gibt ein blauer Rucksack rum. Da ist ja mal schräg. Sind wir von hier gekommen vorhin oder? Wo geht es denn lang? Immer im Plan. Was ist das für ein blauer Rucksack? Warum hängen hier so komisch Gabel rum? Fragen über Fragen und dann tut sich eine Mauer auf. Und wir kriegen nochmal einen geilen Blick. Links auf Mersuga wollte ich jetzt schon sagen. Auf Fungizid, auf Fumtsgiet und in die Prärie raus. Schönes Licht jetzt. Die Sonne geht bald unter. Wir sollten hier nicht so lang bleiben, bis es grabe Nacht wird. Oh fuck. Ist das eine gute Idee, da lang zu laufen? Oder eher nicht? Das verläuft sich irgendwo in Schutt und Asche. Da kommen wir glaube ich nicht weiter. Da nur. Könnte gehen. Nein, ich bin nicht gestürzt. Ich bin nur kurz aus der Balance gekippt, weil der Stein so schräg war. Irgendwo müsste hier übrigens auch Silvio sein. Wo genau, das werden wir aber wohl nie erfahren. Aber ihr könnt euch sicher sein, er dreht hier jeden Stein um. Ist schon geil hier. Ja, super. Wir haben jetzt wieder zurück geschafft zum E-Scooter-Schwein gehabt. Ab zurück zum Camping. Jo, da bin ich wieder zurück in Zottel. Die Sonne ist untergegangen. Und bevor es irgendwann jetzt zum Abendessen geht, gibt es erstmal eine Dusche. Ich sag mal so, geile Dusche. Heites Wasser. Auch, ja, Druck ist okay. Wasserspardüsen natürlich dran montiert. Aber ein Traum. Ehrlich, geil. Und das coole ist, hier fließt sogar das Wasser super ab. Kein Abflussstau, nichts. War ein Traum die Dusche. Da hinten seht ihr noch die Reste des Sonnenuntergangs. Und falls euch interessiert, was hier eine 11 Kilo Gasbuddel kostet, so plus minus 4 Euro haben wir heute erfahren. Wobei mich das nicht wirklich kratzt, denn wir sind ja gasfrei. So, der verlorene Sohn ist auch wieder zurück vom Markt. Nee, von der Stadt war er. Und jetzt geht's essen. Ich hab schon mal ein paar Oliven gegessen. Ich hoffe, es ist okay für euch. Ich bin echt am Verhungern. Und jetzt gibt's Gemüsesuppe. Hast du einen Löffel? Ja, du auch. Willst du eine Antwort auf diese Frage? Doch, du hast auch einen gekriegt. Marokko lässt mich ja blind. Ah, da unten ist er ja jetzt. Gut versteckt. Also, wenn wir sabern schier ins Essen. So lecker sieht das aus. Dann gibt's Hühnchen. Nicht als Taginen, aber irgendwie anders. Mit Gemüse und gesund. Oh, 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 oh. Lass uns loslegen. So, wir sind jetzt mal beschäftigt. Was ihr hier seht, ist ein glücklicher Silvio. Es gab auch noch Pommes und Brot. Oh Gott, wir werden jetzt sterben nachher vor Völle Gefühl. Da brauchst du einen Schnaps nachher oder einen Rum. Ich wollte grad sagen, da schreit förmlich nach Schnaps. Ja, hau rein, Guter. Ein Guter. So, Kobelot, was meinst du? Was ist das für heute? Komm. Nase einziehen, wir gehen mal pennen. Hä? Was steht denn ihr da noch rum? Müsst ihr nicht auch ins Bett? Es ist Mitternacht, wir sagen Gute Nacht. Saß noch schön mit den Nachbarn zusammen. Noch ein Bierchen grad mit Silvio getrunken. Und jetzt pennen wir mal ein paar Stündchen. Gute Nacht. Lasst eine Tatze hoch da. Wenn es gefallen hat, abonniert den Kanal. Vielen Dank für das Amazon Partner Link verwenden. Und für den Paypal Support. Und wir sagen Gute Nacht und bis zum nächsten Video. Freut uns, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss zusammen. Sa, Kobelot, Arsch einziehen. Sonst geht er auf Grundeis. Und ab nach hinten mit uns. Alles. Dich. Und sicher, die ganze Familie haben keinen Weg zu dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017